Moin und herzlich Willkommen zum Suchmaschinen Marketing MOOC. Mein Name ist Erik Horster. Ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten Digitales Marketing und Tourismusmanagement. Als ich mein Buch zum Thema Suchmaschinen Marketing im Tourismus schrieb, da hatte ich auch einen Abschnitt zum damals noch sogenannten Google Keyword Tool. Das war ein super Tool, mit dem sie eine Keyword-Recherche und eine Keyword-Analyse sehr genau untermauern konnten mit eben bestimmten Kennwerten. Sie haben sehr schöne Vergleichswerte bekommen, kamen auf neue Ideen für Keywords und so weiter. Also das war wirklich ein sehr, sehr gutes Tool. Leider ist noch im Korrekturprozess dieses Keyword Tool gestoppt worden von Google und in Google AdWords integriert worden, als Google AdWords-Planer, als Google Keyword-Planer, wie wir ihn heute auch noch kennen. Und dann im Verlauf der letzten Jahre, also seit der Publikation des Buches und bis heute, ist der Funktionsumfang vom Google Keyword-Planer immer weiter eingeschränkt worden. Das fand ich selber so schade, dass ich eben zusammen mit Studenten nach Alternativen gesucht habe. Das heißt, wir haben innerhalb eines Seminars ganz viele kostenfreie Tools ausprobiert und die besten dieser Tools nach unserer Einschätzung, nach meiner Einschätzung, möchte ich Ihnen in diesem Kapitel einmal vorstellen.